Muss aber nix heißen. Oh, da ist ein Radlfahrer! Ich bin der Admin on Duty. Jo, Radlfahrer muss üßen los. Also da vorne ist noch einer, komm. Radlfahrer! Jo, wo ist üßen los? Zwei Radlfahrer auf einem, auf einem Fleck. Ist das schön. Radlfahrer! Wie viele Radlfahrer fahren denn hier bitte? Jo. Oh, Radlfahrer. Alter, wie viele Radlfahrer fahren heute bitte? Es ist so ein wunderschöner Tag. Oh, ist das schön. Oh, Radlfahrer! Oh, Radlfahrer auf der Seitenstreifen. Och, bitte noch einer. Bitte noch irgendwo ein Radlfahrer. Oh, bitte. So. Ich bin zufrieden. Ich habe meine fünf Radlfahrer heute überfahren. Oder waren es jetzt schon die siebten? Kann sein. Ich weiß es nicht. Wer heute Probleme hat... Das ist wieder so nicht deutsch. Wer heute Probleme hat, kann mich gerne mit Support... Ach, nee! Oh! Machen wir Money, machen wir hier. Komm, wir geben ein bisschen Entschädigung dafür, dass so viel weg ist. Am besten, wenn es zwei Spaß wird. Hast du was bekommen? Ich meine, Bargeld müsste es sein. Achso, nee, Bargeld habe ich nichts bekommen. Oh, nee, dann habe ich den Falschen gegeben. Ah, wann habe ich das jetzt gegeben? Hä, warte mal. Ach, scheiße, jetzt habe ich euch auseinandergetan. Da hat nämlich noch wieder ein Support geschrieben. Ach, jetzt habe ich den Falschen das gegeben. Warte mal. Scheiße, ich hoffe, wieso habe ich Geld bekommen. 48. Wieso habe ich Geld bekommen? Oh, nee. Ich kann nicht mehr. Der Server crasht deshalb. Oh, guck mal. Was steht denn da? Meinst du, der kann dir vielleicht helfen? Nee. Nee, ich kann ihm nicht helfen. Ich muss weitergehen. Ich schaue nur so aus. Ich schaue nur so aus. Sind die hier gefallen? Was ist mit dir los? Ach, warte, ich komme hier ja gar nicht rein, ne? Warte, ich muss hier, äh... Mach mal so. Ich hoffe, ich komme so rein. Ich habe nur gesagt, ich hoffe. Ich habe nicht gesagt, ich schaff's. Aua. Am Anbauen, glaube ich. Also, pass mal auf, den erschrecken wir jetzt. Schau mal. Schau, schau, schau. Warte, 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 warte. Oh, der ist auf den Boden. Nur Spaß. Ich schaue noch, was sie machen. Haben sie sich erschrocken? Ja, etwas. Schön. Ich mache es nicht. Das ist der Sound, der für Spende. Okay, damit ist bestehlich erst afkar, der Dude. Er ist afkar. Darf er nicht. Au. Erstmal Karma kassiert, aber sowas von heftig. Aber erst mal muss ich... Jetzt sind die Airbags aufgegangen. Wenn der jetzt herkommt und sagt, ich wurde hier... Schau mal, schau, ich guck dir den Kack. So. Haben wollen, haben wollen, haben wollen, haben wollen, haben wollen, haben wollen. Ich will den haben, ich will den haben. Hallo, Bruder, ich brauche das. Ich brauche das. Hallo, Bruder, auf. Ich brauche das Ding. So, warte mal. Da steht hier wirklich afkrumm, der Typ. Ah, Bruder, muss das sein. Bruder, ich habe den gekauft. Bruder, ich brauche den für eine Aktion. Die ist ganz wichtig. Oh. 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 So, warte mal. Der ist doch immer afk. Also, äh. Was macht der? Sag mal, ist der scheißen oder was? Der muss doch... Der ist... Seit einer Stunde ist der Typ doch kacken, oder? Der ist doch sicher... Weil den sagst du schon, vor einer Stunde habe ich den auf der Map da gesehen. Der ist halt eine Stunde kacken oder so. Und sitzt hier afkrumm im Spiel. Boah, das sieht aber falsch aus, ne? Wir machen mal einen ganz schönen Abgang hier. Ich habe im Auto gesessen und nachgedacht. Das ist jetzt 10 Minuten lang. Sind wir 10 Minuten lang zugeguckt, was da passiert ist? Eieiei. Das fanden sie lustig, ne? Oh, scheiße, ist das Auto weg. Ah, ne, ist wieder da. Ach, ein Pissi. Ach, ein Pissi. Und weg ist er. Ne, Alter, das hat alles mitbekommen und ich mache mir so voll den Fun draus. Okay. Ja, Manni, MacMove ist immer stark. Und ihr seht echt komisch aus. Ja, wir müssen so aussehen. Ach so, verdammt. Wir müssen so aussehen. Wir müssen uns ganz wichtig machen. Oh! Hallo, ich bin der größte Fan! Hallo! Darf ich dich mitnehmen? Ach komm, das war jetzt... Das gibt jetzt eine Anzeige. Was? Ja, da, schau dir an. Sagt sich, er ist gestorben. Ist ja gestorben. Alter Schwede. Ja, du, ich... Bruder, ich helfe dir da nicht auf. Das ist ja hier P, ne? Du musst jetzt einen Krankenwagen rufen, ne? Alter, wie schafft man sowas? Ja, warte mal, ich probiere das auch mal. Alter, wie schafft man das? Was ist denn da los? Ich habe da richtig reagiert. Schau mal, warte mal. Nein, das gehört so. Was machen Sie da? Was wird das jetzt? Sie wissen schon, dass das nicht so geht, gell? Ja. Was machen Sie da? Das wird nichts, gell? Was wird denn das da jetzt? Du, immerhin stirbt er mit dem schönsten Merch der Welt. Andlio! Wie immer gesagt. Das ist die Qualität. Aua. Ich bin schon da. Wie kann ich weiterhelfen? Na, okay. Wir haben nur gesagt, dass der Herr da ein ganz besonderes Exemplar ist mit seinem Fluster, Bach, wo's auch immer. Ich habe gerade umgestoßen damit. Hilfe! Ich kann es nicht anhalten. Ja, gut. Schauen wir mal, ob wir gut aufkommen. Huuuuii. Huiiii. Hahaha. Alter, nur Scheiß im Kopf. Entschuldigung. Das schreit fast nach Panzer. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ja, wie kann man Ihnen helfen da oben im Flugzeug? Aaaaaaah. Was ist das? Das sieht recht brutal aus, ist es aber nicht. Er kommt sicher zu mir, ne? Natürlich kommt er zu mir. Ich guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Dieses blöde Stück. Warte mal. Scheiß drauf, ich hole mir einen Panzer. Das gehört einfach dazu, oder? Ich finde, das gehört einfach dazu. Auf jeden Fall, Leute, ähm, handelt der Panzer gar nicht schon, wie runterrutscht. Hahaha. Hahaha. Guck den Flieger an. Wie er runterhurdelt. Du sagst mir, was ist denn da gerade passiert? Du sagst mir, warum, warum, warum schlittern da der Flieger runter? Sag ich mal. Ja. Du sagst mir, was ist denn da gerade passiert? Ja.